Matthias hier vom YouTube-Kanal Männerbart. Heute geht es hier nicht um Rasierer, sondern um Kopfhörer. Kurz vorweg, ich habe keine Ahnung von Kopfhörern, bin ein ganz normaler User. Da habe ich jetzt nicht irgendwie 20, 30 verschiedene getestet. Dennoch will ich euch meine Meinung zu den neuen Bose QuietComfort 45 sagen, die ich vor zwei, drei Tagen bekommen habe. Ich habe die alten, die Bose QuietComfort 35, jahrelang genutzt. Die sehen inzwischen aber so aus. Deswegen dachte ich mir, ich gönne mir die neuen. Sie sehen genauso aus, sind ein bisschen leichter, sind super angenehm. Ich bin ehrlich gesagt echt positiv überrascht. Soundqualität ist nochmal besser. Active Noise Cancelling ist richtig gut, aber ich werde sie zurückgeben. Weil ich gehofft habe, dass das Mikrofon so gut ist, dass ich damit Zoom-Cords machen kann, dem ist nicht so. Deswegen werde ich stattdessen neue Ohrmuscheln für meine alten kaufen, die zurückgeben und einfach meine alten weiter benutzen. Falls ihr noch keine QuietComfort habt, dann könnt ihr problemlos für die neuen kaufen. Wirklich für den Preis, glaube ich, echt ein richtig geiles Ding. Soundqualität richtig gut macht, richtig viel Spaß, die Musik zu hören. Und Active Noise Cancelling super stark. A 是 5.0 Am